Wir mischen einen Song und heute geht's um die Vocals. Ich verrate dir, wie und warum ich die Hauptstimme für die Strophe, für den Refrain und für den Zwischenteil unterschiedlich gemischt habe und überrasche dich mit einem Plugin, mit dem du bei mir und vor allem bei diesem Song wahrscheinlich nicht gerechnet hättest. Wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog und in meiner kleinen Serie Wir mischen einen Song geht es heute um die Vocals. Natürlich möchte man dafür sorgen, dass seine Hauptstimme möglichst einheitlich über den kompletten Songverlauf klingt. Nichtsdestotrotz gibt's gute Gründe, warum man die Stimme vielleicht in der Strophe etwas anders abmischt als im Refrain oder vielleicht in einem ruhigen Zwischenteil. Und wie ich das hier für meinen Song gemacht habe, das zeige ich dir heute mal am Beispiel von meinem Mix von Heute ist ein guter Tag zum Tanzen und wir schauen genau rein, welche Plugins ich benutzt habe und vor allem, welche Gedanken ich dabei gehabt habe, warum ich also diese eine oder andere Mix-Entscheidung getroffen habe. Und falls du aber zwischendurch feststellen solltest, hey, das ist mir doch alles nicht ausführlich genug, dann bist du herzlich eingeladen zu meinem großen Livestream am Samstag, dem 1. Mai, denn da schauen wir tatsächlich mal genau wie normalerweise in den großen Premium-Mix-Tutorials bei mir im Premium-Bereich vom Recording-Blog, schauen wir wirklich auf jedes einzelne Plugin, was ich benutzt habe, jede Mix-Entscheidung, jede Spur und gehen den Mix von vorne bis hinten, von Drums bis Automation und Master-Bus von vorne bis hinten durch und nehmen uns wirklich mal zwei, drei Stunden Zeit und ich erkläre dir jede Entscheidung, die ich im Mix gemacht habe. Das am 1. Mai, du bist herzlich also eingeladen dabei zu sein, gibt bestimmt auch eine Information, falls du nicht im Newsletter eingetragen sein solltest, dann empfiehlt es sich das auf jeden Fall zu machen, denn da kriegst du eine Info, wann dann tatsächlich auch dieser Livestream startet. Oder aber falls du noch nicht Abonnent von diesem Kanal sein solltest, dann kannst du über den Abo-Knopf hier auch eben drauf klicken und daneben, neben der Glocke nicht alle Informationen vergessen anzuklicken, denn dann kriegst du auch einen Hinweis, wann dieser Livestream tatsächlich startet. Falls du bis dahin Lust hast, mit den Spuren von diesem Song, den wir gleich anschauen, rumzuexperimentieren, kannst du das auch machen, denn alle Leute, die sich entschieden haben, mir einen Kaffee pro Monat auszugeben, über die Funktion Mitglied werden, hier direkt unter dem Video zu finden, die kriegen Zugang zu den Spuren und du kannst dir das dann runterladen, kannst mit dem Song rumexperimentieren und mir dann genau folgen bei dem, was ich dann am 1. Mai im großen Livestream auch zeige. Und wie gesagt, wir nehmen uns eine ganze Menge Zeit, das wird abends starten um 20 Uhr und da gibt es dann wirklich zwei, drei Stunden, schauen wir mal ganz tief in die Session rein von meinem Mix. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen Gedanken, den du vielleicht so mitnehmen kannst oder vielleicht auch die eine oder andere Entscheidung, die du vielleicht anders oder sogar besser getroffen hast. Wer weiß das schon, wir können uns ja auch austauschen im Chat und sicherlich gibt es auch die eine oder andere Zoom-Session nochmal. Das jetzt aber nur als Seiteninformation am Rande. Wir gehen jetzt mal in die Session und schauen mal, wie ich meine Vocals tatsächlich gemischt habe und falls du auf dem Weg irgendwann bei diesem Video feststellen solltest, hey, das gefällt mir ganz gut, was der Jonas da erzählt, dann zeig es mir über einen Daumen nach oben und wenn es dir nicht gefallen sollte, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten und hier schnell auf das nächste Video. Aber wir gehen jetzt mal in die Session und gucken, was ich da so gemischt habe. Also los geht's. So, da sind wir schon in der Session und damit du erstmal weißt, worüber wir reden und was wir gleich besprechen, würde ich sagen, hören wir erstmal so bis zum Ende des ersten Refrains rein. Das klingt im Moment so. 1,74 Tauchen nicht klettern Barfuß im Regen Verpennen trotz Bäcker Sommer statt Winter Kaufen nicht Borden Hunde und Katzen Lieber Abend statt Morgen Münster nicht München Schokovanille Niemals Helene Und noch viel lieber Stille Kneipe, Stadt, Tat, Ort, Gewinn und Verlieren Geh mit dir bis unendlich wollen wir uns haben Bis hier Hey, oh, heute ist ein guter Tag zum Tanzen Hey, oh, 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 oh Hey, oh, 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 oh Heute ist ein guter Tag zum Tanzen Am Himmel über uns die Sterne Und morgen liegt ein weiter Ferne Also, damit haben wir schon mal zwei Teile gehört, also zwei verschiedene Vocals, aber so verschieden waren sie gar nicht. Natürlich klingen die relativ einheitlich, weil es wäre ja doof, wenn der Hauptgesang in der Strophe völlig anders klingt als im Refrain. Kann ein Stilmittel sein, ist in diesem Fall aber überhaupt nicht gewünscht. Schauen wir mal rein, was ich hier gemacht habe. Zunächst einmal sorge ich gerne dafür, dass ich die Dynamik ein kleines bisschen mehr unter Kontrolle bringe von meinen Vocals. Und vielleicht hast du neulich schon mal mein Video gesehen, in dem ich gezeigt habe, wie ich das von Hand geschnitten habe, wo ich dafür gesorgt habe, dass die lauten und die leisen Teile in einem Vocal, dass die aneinander angeglichen werden. Und wenn wir mal hier kurz auf der rechten Seite mal kurz in den Zwischenteil reingucken, siehst du, dass ich das hier auch gemacht habe. Hier habe ich händisch einzelne Teile freigeschnitten und dann per Clip Gain nochmal angepasst. Und falls du das Video verpasst haben solltest, in dem ich das gezeigt habe, kann ich dir das gerne hier oben nochmal einblenden. Und es gibt aber einen zweiten Weg, der dir sicherlich auch durch den Kopf gegangen sein wird, als du vielleicht auch dieses Video gesehen hast, wo du gedacht hast, warum macht er das denn mit der Hand, warum benutzt er denn nicht den Vocal Rider? Und genau den habe ich für meine Strophe dann auch genommen. Wenn wir hier also mal die Strophen-Vocals nehmen hier, dann siehst du, dass das ein sehr dynamischer, gesungener Teil ist. Hier gibt es laute Stellen und leise Stellen und so weiter. Die hätte ich jetzt auch von Hand schneiden können. Habe mich in diesem Fall aber tatsächlich für den Vocal Rider, für das Automatik-Tool quasi entschieden, mit dem man hier arbeiten kann, mit dem Automatik-Tool von Waves. Hier ist der Vocal Rider. Und wenn ich mal die Automation anmache, dann siehst du hier auch, dass die hier schon tüchtig gearbeitet hat. Hier werden also die lauten und die leisen Teile automatisch von dem Vocal Rider angeglichen. Und falls das in deiner Studio One Version nicht funktionieren sollte mit dem Vocal Rider, kann ich dir hier oben auch mal ein Video einblenden. Da habe ich nämlich gezeigt, wie es genau geht an dieser Stelle, weil es gibt so einen kleinen Trick, mit dem man den Vocal Rider dazu überreden kann. Ach komm, den verrate ich dir jetzt mal eben. Wichtig ist, dass du beim Vocal Rider, wenn du ihn benutzt in Studio One, wohlgemerkt nur in Studio One, wenn du ihn hier unten auf Right stellst, dass du nicht nur hier unten auf Right stellst, sondern hier oben links auch nochmal. Da gibt es so ein kleines Feld, das wird gerne übersehen, dass du hier auch nochmal auf Touch, Letch oder Right stellst. Was die drei Begriffe bedeuten, habe ich auf jeden Fall schon mal in dem Video gezeigt. Das verlinke ich dir jetzt mal hier oben. Und wenn du dann hier auf, sagen wir mal, Touch stellst, dann fängt der Vocal Rider auch tatsächlich an, die Automation hier zu schreiben und dafür zu sorgen, dass deine Vocals dann auch ausgeglichener in der Dynamik sind. Warum mache ich das Ganze? Ganz einfach, weil ich dafür sorgen möchte, dass mein Kompressor nicht so stark arbeiten möchte. Wenn also im Vorfeld, also vor dem Kompressor schon dafür gesorgt wird, dass die lauten, die leisen Teile in den Vocals ein kleines bisschen aneinander angeglichen werden, dann muss der nicht so viel arbeiten. Und beim Kompressor sind wir dann im Prinzip auch schon bei meiner Vocal Kette. Die startet dann hier direkt hinter dem Vocal Rider quasi mit dem 1176, den ich hier so eingestellt habe, wie ich ihn normalerweise auch immer einstelle für meine Vocals. Das heißt, ich sorge dafür, dass die Attackzeit hier irgendwo zwischen 12 Uhr und sagen wir mal 10 Uhr steht, also zwischen 3 und 4 ungefähr, also relativ langsam eingestellt ist. Die Releasezeit aber sehr schnell, also auf der rechten Seite, Rechtsanschlag beim 1176 eingestellt ist, was dafür sorgt, dass die Transienten einigermaßen unbeschadet durch den Kompressor durchkommen. Das aber nach dem Kompressionsvorgang, wenn also der Threshold wieder unterschritten wird, dass der Kompressor sehr schnell wieder zurückregelt. Und das sorgt dafür, dass die Vocals immer schön vor dem Mix stehen bleiben und nicht zu lange komprimiert werden. Das Ganze bei einem Kompressionsverhältnis von 4 zu 1 und dann einfach mit Input so regeln, dass der Kompressor ungefähr so 5 dB komprimiert. Und das können wir ja mal kurz angucken, wie das hier aussieht. Ich setze mal einen Loop hier auf unsere Strophe und wir gucken mal kurz, wie das hier aussieht. Und wir hören einen sehr ausgeglichenen Vocal. Das ist übrigens auch der einzige Kompressor, den ich hier tatsächlich auf den Vocals genutzt habe. Und du siehst, dass der ungefähr 4, 5 dB komprimiert. Mehr muss er gar nicht machen, weil das Backing ja relativ verhältnis dahinter spielt, aber auf der anderen Seite halt auch, weil wir schon mit dem Vocal Rider vorgearbeitet haben. Und er regelt halt auch relativ zügig zurück, sodass die Silben, auch wenn sie mit ein bisschen weniger Luft hinten ausgesungen werden, trotzdem zügig wieder im Pegel nach oben kommen. Und dementsprechend macht der Kompressor dann hier genau das, was er soll. Als nächstes kommt dann ein Equalizer, mit dem ich dann die Stimme noch ein kleines bisschen klanglich anpasse. Wenn du dich fragst, warum ich den Equalizer hinter dem Kompressor benutzt habe, ich bin hier chronologisch vorgegangen und gehe dann je nach Problemstellung vor. Als erstes hatte ich die Problemstellung, dass ich die Dynamik von meinem Vocal angleichen wollte. Und danach habe ich festgestellt, ich könnte noch ein kleines bisschen aufräumen. Manchmal gehe ich auch umgekehrt vor, dass ich eine Stimme bekomme, die mehrere Problemstellen hat. Dann benutze ich erst den Equalizer und dann den Kompressor und vielleicht danach nochmal einen Equalizer und vielleicht danach nochmal einen Kompressor. Je nachdem, wie die Stimme eingeliefert wird. Aber in diesem Fall war es jetzt so, dass ich den Eindruck hatte, dass die Stimme ein kleines bisschen zu warm ist, also ein bisschen zu viel untere Mitten hat und dementsprechend dann zu nah an den Zuhörer rankommt. Mit anderen Worten, ich habe dann mit diesem Equalizer erstmal mit einem Sicherheits-Lowcard bei 75 Hertz ein bisschen was weggeschnitten. Also ganz standardmäßig, den habe ich einfach nur aktiviert. So ist der eingestellt bei Studio One. Und habe dann aber hier mit diesem Low-Shelf, mit diesem leichten Low-Shelf mit der Einstellung 6 Dezibel pro Oktave hier so bei 252 Hertz abwärts dafür gesorgt, dass hier ein bisschen abgesenkt wird und dass hier so ein bisschen der Nahbesprechungseffekt, so ein bisschen die Wärme aus dem Signal rausgenommen wird. Was dafür sorgt, dass der Sänger dann automatisch ein kleines bisschen weiter vom Zuhörer wegkommt. Der Sänger, also ich in dem Fall, sollte nicht zu nah am Zuhörer dran sein, weil sonst erzeugt das sofort so eine intime Stimmung, so eine Wärme, so eine Enge. Und die sollte hier ja nicht sein. Hier steht ja jemand irgendwo auf einer Bühne und singt für mich, dann kann er ja nicht direkt vor meiner Nase stehen. Und da sollte er das einfach machen. Anschließend habe ich hier noch eine kleine Problemfrequenz gehabt bei, müssen wir mal kurz gucken, bei 657 Hertz habe ich hier noch eine kleine Problemfrequenz gehabt. Die können wir uns ja mal kurz solo anhören, welche das gewesen ist, damit du mal hörst, was ich hier rausgefiltert habe. Ich lasse es mal solo laufen. Münster, nicht München, Schoko-Vanille, niemals Helene und noch viel lieber Stille. Die Frequenz hat mich speziell mit dem Playback zusammen, also mit der Musik zusammen sehr gestört. Deswegen habe ich sie um ungefähr 2,4 dB rausgenommen und dafür gesorgt, dass die Stimme ein kleines bisschen aufgeräumter wird an dieser Stelle. Aber du siehst, dieser Equalizer macht nicht viel. Er nimmt ein bisschen Wärme raus, macht einen Low-Cut und nimmt ein kleines bisschen bei 650 Hertz raus. Das ist dann im Prinzip auch schon das, was dieser Equalizer macht. Wir können ja mal kurz an und aus machen, damit du hörst, was der Equalizer macht. Ich mache eben mal kurz aus. 1,74, tauchen nicht klettern, barfuß im Regen, verpennen trotz Wecker, Sommer statt Winter, kaufen nicht Bogen, Hunde und Katzen, lieber Abend statt Morgen. Das klingt ein kleines bisschen leiser. Klar, ich nehme ja Frequenzen raus, auf der anderen Seite klingt es aber auch aufgeräumter. Dann kommt im Anschluss, kommt dann ganz klassisch, wir sind in einer Vocal-Kette, Kompressor, Equalizer, kommt ein De-Esser. Vor allem bei deutscher Sprache hat man durchaus gerne mal scharfe S-Laute dazwischen. Deswegen werden die hier klassisch mit dem De-Esser rausgenommen. Den habe ich so eingestellt, dass er ab 6300 Hertz hier ungefähr eingreift und dass er dann hier, wir gucken mal. Richte dich da, wenn du deinen De-Esser einstellst, nicht unbedingt so nach den Werten, die ich jetzt hier eingestellt habe, sondern achte eher darauf, dass du die S-Laute zwar entschärfst, aber auf der anderen Seite dafür sorgst, dass der Sänger nicht anfängt zu lispeln. Weil das wäre dann doof. Das schaffen wir mit so einem De-Esser durchaus. Du kannst also jeden Menschen mit so einem De-Esser zum Lispeln bringen, aber das ist ja nicht das Ziel. Wir wollen die S-Laute ja nur so weit entschärfen, dass sie eben nicht mehr so scharf durchs Ohr oder durch die Pappe ans Ohr klingen, sondern dass sie einfach ein bisschen entschärft werden. Deswegen da Maß behalten und wie gesagt nicht zwingend nach meinen Werten hier gehen, sondern die werden wahrscheinlich bei deinem Mix ein kleines bisschen anders sein. Also bei jedem anderen Mix. Und nach dem De-Esser kommt dann ein Plug-in, der Decapitator. Ein wunderbares Plug-in, mit dem ich gerne arbeite. Der Decapitator ist ein Verzerrer, der fügt harmonische Obertöne hinzu. Und als ich gerade die 650 Hertz angehoben habe, da hast du es vielleicht schon gehört, das Signal fing an zu zerren. Also es kam eine leichte Verzerrung hinzu. Das ist einfach, weil ich genau in dem Bereich angehoben habe und das Signal dann so laut gemacht habe, dass der Decapitator dann quasi in den Bereich reinkam, wo er so richtig Verzerrung hinzugegeben hat. In dem Maß, in dem ich ihn jetzt hier eingestellt habe, sorgt er vor allem dafür, dass die Stimme ein bisschen mehr Griff kriegt, dass sie also insgesamt ein bisschen kompakter und griffiger klingt. Und ich mache ihn mal aus und an, damit du auch hören kannst, was er macht. Die Stimme klingt insgesamt etwas aggressiver und kriegt ein bisschen mehr Energie. Es klingt halt so, als wenn man das Mikrofon ein bisschen übersteuert hat. Und es ist für uns gelernt, dass die Stimme dann nach mehr Energie klingt und speziell im Zusammenhang mit der Musik. Dann klingt es so, als wenn man mit richtig Energie eingesungen hat und die Stimme klingt einfach insgesamt griffiger. Deswegen der Decapitator. Was er dann allerdings gemacht hat, der Decapitator, vor allem, weil ich hier beim Tone ein kleines bisschen reingeregelt habe, auf die rechte Seite, auf die Bright Seite geregelt habe, auf die Bright Side of Life quasi, auf die helle Seite des Lebens, sorgt das natürlich dafür, dass die S-Laute wieder ein kleines bisschen überbetont werden können. Deswegen habe ich hier einen zweiten Deesser nochmal dahinter gepackt. Und das ist im Prinzip die Vocal-Kette, die ich genutzt habe für meinen Hauptvocal in der Strophe. Das ist also die Entscheidung, die ich getroffen habe, um die Vocals vor der Musik so zu platzieren. Und anschließend habe ich dann nur noch das Ganze mit Rauminformationen versehen, damit es eben nicht trocken, Mono in der Mitte steht, sondern damit es eine räumliche Komponente kriegt. Aber wir hören mal kurz, ich mache mir die Räume auch aus und so weiter, wir hören mal kurz, was diese Kette macht. Also Original-Vocal ist so. 1,74, tauchen nicht klettern, barfuß im Regen, verpennen trotz Wecker. Sommer statt Winter, kaufen nicht Bogen, Hunde und Katzen, lieber Abend statt Morgen. Die Stimme wird natürlich lauter, das ist hier im Prozess passiert. Ist aber jetzt nicht schlimm, weil der Pegel natürlich dann insgesamt mit der Musik zusammenpasst. Aber sie kriegt halt auch mehr Energie, ist aufgeräumter und die Dynamik ist insgesamt gleichmäßiger, sodass die Stimme dann auch stabil vor dem Playback stehen kann. Kommen wir kurz zu den räumlichen Informationen, die ich dazu gepackt habe. Vielleicht hast du neulich mal ein Video gesehen, in dem ich erklärt habe, wie ich mit drei verschiedenen Hallräumen für jedes Instrument und für jede Stimme dafür sorgen kann, dass sie eine eigene räumliche Umgebung bekommen und die findest du hier dann auch. Du findest hier einen kurzen Raumeffekt, dann hier eine Kammer mit einem etwas längeren Nachhall und eine Halle, wo wirklich eine ganz lange Hallfahne hinter die Vocals oder hinter jedes Instrument in diesem Mix gezaubert werden kann. Falls du dieses Video verpasst haben solltest, das empfehle ich dir tatsächlich hier nach diesem Video mal anzugucken. Link hier oben in der Ecke und dann kannst du da mal draufklicken und mal schauen, was es damit genau auf sich hat. Jetzt nur so viel. Ich habe hier hauptsächlich dafür gesorgt, dass hier Raum dazu kommt. Das heißt, der Sänger, dass der schon relativ trocken bleibt, aber durchaus eine räumliche Information bekommt. Und mit der Kammer, die dann einen etwas längeren Nachhall macht und vor allem die Halle, die einen ganz langen Nachhall gemacht hat, bin ich ein bisschen sparsamer umgegangen. Wir können sie ja mal Stück für Stück hinzufügen. Dann kannst du mal hören, was da passiert. 1,74, tauchen nicht klettern, barfuß im Regen, verpennen trotz Wecker, Sommer statt Winter, kaufen nicht Borgen. Hunde und Katzen, lieber Abend statt Morgen, Münster nicht München, Schoko-Vanille, niemals Helene und noch viel lieber Stille. Kneipe statt Tatort, Gewinn und Verlieren, geh mit dir bis unendlich wollen wir uns amüsieren. Und eingestellt habe ich die drei, während die Musik dabei gelaufen ist. Das heißt, natürlich kann man das auch einstellen, wenn man das Solo abhört, aber das hat nichts damit zu tun, wie es dann am Ende des Tages in deinem Mix klingt. Deswegen mein Tipp an dich, stell die räumlichen Informationen vor allem dann ein, wenn die Stimme zusammen mit der Musik läuft, so wie man natürlich alle anderen Mixentscheidungen eigentlich auch mit der Musik zusammentreffen sollte. Weil Solo kannst du jedes Instrument, jede Stimme ordentlich abhören und einstellen. Aber ob das dann hinterher mit deinem Mix korrespondiert, das ist dann immer noch eine andere Frage. Deswegen am besten Mixentscheidungen immer im Mix treffen. Und in diesem Fall ist es dann halt auch so gewesen, dass ich das dann entsprechend so eingestellt habe. Die Grundphilosophie war aber durchaus, dass ich in der Strophe einen etwas trockeneren Klang haben wollte für meine Vocals. Und das war der Antrieb, dann eben auch ungefähr in diese Richtung zu mischen, um diesen Effekt, diesen räumlichen Effekt auf meine Stimme zu kriegen. Darunter findest du noch einen Sidechain-Send, also einen Send auf einen Gitarrenkanal, wo ein Kompressor drauf ist. Das heißt, diese Gitarre spielt normalerweise in der Mitte von meinem Song, also in der Mitte vom Stereo-Panorama vom Song. Und immer wenn die Stimme aber singt, dann kriegt dieser Kompressor, der von dieser Sidechain gesteuert wird, eine Information und sagt, hey, mach die Gitarre mal ein bisschen leiser. Das heißt, diese Gitarre ist im Stereo-Panorama in der Mitte im Prinzip gleichberechtigt mit der Stimme. Wenn die Stimme aber singt, macht der Kompressor die Gitarre ein bisschen leiser und sorgt dafür, dass die Stimme mehr Platz hat. So kann ich mit diesem Sidechain-Kompressor dann dafür sorgen, dass im Mix ich trotzdem die Gitarre in der Mitte positioniert habe und auch relativ laut gemischt habe, dass ich trotzdem mit dem Gesang nicht in die Quere komme. Wunderbares Ding, hier über die Sidechain einfach einen Kompressor auf einem Instrument zu steuern, von einem Instrument, was gleichzeitig vielleicht auch spielt. Also eine schöne Geschichte, die ich übrigens dann auch bei dem Refrain dann auch gemacht habe. Hier unten siehst du bei der Refrain-Stimme ist auch dieser Sidechain auf dieser Mittengitarre, also die Gitarre, die in der Mitte spielt, die dann ein bisschen leiser gemacht wird, immer wenn die Vocals spielen. So viel zur Philosophie für meine Strophe. Das ist also die Idee hinter dem Strophensound gewesen. Im Refrain gehe ich jetzt etwas anders ran und da haben wir auch schon ein Plugin. Ich habe dir ja gerade schon versprochen, dass du ein Plugin findest, mit dem du vielleicht nicht rechnen würdest. Das ist hier der Crispy Tuner, also ein Autotune-Plugin. Und dieses Autotune-Plugin, wirst du dich jetzt fragen, bei so einem Rocksong, warum nutzt er da ein Autotune-Plugin? Ich habe auch lange überlegt, ob ich das benutze, aber am Ende des Tages war es so, dass ich als Sänger bei dieser Strophe, bei diesem Refrain, nicht ganz so stabil gesungen habe. Ich habe hier lange stehende Töne, wie du hier sehen kannst, und die habe ich damals nicht so stabil gesungen. Das heißt, die eiern so ein kleines bisschen im Tuning hin und her. Und ich habe gedacht, wenn ich das ein bisschen korrigiere mit einem Autotune-Plugin, das dafür sorgt, wenn so ein langgezogener Ton gesungen wird, dass der einfach ein bisschen stabilisiert wird, dann klingt die Stimme insgesamt ein kleines bisschen stabiler. Und ich kann dir ja mal kurz vorführen, wie es ohne den Crispy Tuner klingt. Speziell diese langgezogenen Töne, die wollte ich einfach ein kleines bisschen stabilisieren, damit die ein bisschen gleichmäßiger klingen, einfach auch vom Tuning her. Und deswegen habe ich den Crispy Tuner gewählt und habe den auch wirklich ganz lazy eingestellt, also ganz langsam. Hier Correction, also die Korrektur nur auf 50 Prozent, die Tightness, also die Schnelligkeit, mit der er reagiert, auf 40 Millisekunden relativ langsam und auch die Transition, also der Übergang zwischen verschiedenen Noten auch relativ langsam gestaltet. Mit anderen Worten, ich bekomme jetzt hier nicht diesen Autotune-Rapper oder diesen T-Pain-Effekt, sondern ich bekomme hier nur so ganz leicht die Korrektur von diesen einzelnen Noten, die dann ganz subtil dafür sorgt, dass die Vocals dann ein bisschen stabiler klingen. Wir können uns dieselbe Stelle nochmal anhören und achte mal hier auf die Korrektur, die hier angezeigt wird. Da siehst du, wie das ein bisschen nach links und rechts schwappt. Das ist genau das, was dieses Plug-in im Prinzip ausgleicht. Also nochmal. Da hat man so ganz leicht gehört, dass das wirklich Autotune ist, aber im Mix hörst du das dann gar nicht mehr, sondern stellst nur fest, dass die Vocals ein kleines bisschen stabiler klingen. Und das ist genau das, was ich gewollt habe. Also ein Plug-in, mit dem du wahrscheinlich nicht gerechnet hast bei so einer Art Song, aber auch bei so einer Musik kann man durchaus mit Autotune-Plug-Ins arbeiten. Und es hätte jetzt auch ein Antares-Autotune sein können oder das Autotune von Waves oder so. Ich mag halt den Crispy-Tuner, deswegen habe ich den gewählt. Ganz einfach. Einfach einzustellen, funktioniert, macht das, was er soll. Mehr erwarte ich ja gar nicht von einem Plug-in. Dahinter die Kette ist dann im Prinzip vergleichbar mit unserer Strophe. Das heißt, wir haben hier wieder einen Kompressor, den 1176. Der hat im Vergleich zu dem 1176, den ich hier auf der Strophe habe, den mache ich mal hier an. Kannst du mal untereinander sehen. Also hier ist die Strophe. Da siehst du, dass der Input hier von der Strophe ein bisschen weniger Pegel hat als der hier oben. Mit anderen Worten, ich steuere den Kompressor ein kleines bisschen stärker an und sorge dafür, dass der auch ein bisschen mehr komprimiert. Insgesamt muss hier eigentlich gar nicht so stark komprimiert werden, weil wir sehen ja hier, dass wir hier gar nicht so große Pegelsprünge haben, sondern vor allem durch die langgezogenen Töne hier dann schon einen sehr ausgeglichenen Vocal haben. Nichtsdestotrotz habe ich mit dem 1176 hier. Wir können ja mal kurz gucken, was er macht. Nochmal vorne. Ja, schon gute 7 dB, die ja dann der Spitze, vor allem bei den Teilen, wo ich vorher Luft geholt habe. Bei dem Hey habe ich vorher Luft geholt. Das heißt, da kommt auch mehr Energie im Mikrofon an. Also die Intention, dass der hier auch diese Peaks abfängt und dann dafür sorgt, dass hier tatsächlich die abgefangen werden. Wenn du mich fragst, warum ich hier nicht auch händisch eingestiegen bin und die einzelnen Parts geschnitten habe, da war ich zu faul. Und vor allem, also man darf ja auch mal faul sein, aber vor allem die langgezogenen Noten haben es auch nicht wirklich angedacht, dass man das hier macht. Das Einzige, was ich hier gemacht habe, du siehst, dass ich hier trotzdem ein bisschen mit Clipgang gearbeitet habe. Ich habe die Atmer, die hier gewesen sind, vor diesen langgezogenen Phasen, die habe ich ein bisschen leiser gemacht, weil speziell, wenn man so lange Noten singt, dann ist es angebracht, dass man vorher Tiefluft holt. Und wenn man schnell Tiefluft holen muss, dann hat man einen Atmer drin, der vom Kompressor noch lauter gemacht wird. Und dann ist das das Gegenteil von dem, was gut ist. Deswegen habe ich die nochmal händisch hier freigeschnitten und leiser gemacht. Das ist meine Intention in der Nachbearbeitung hier bei einem Refrain. Aber ich hoffe, dass du schon einiges mitnehmen kannst von meinen Gedanken, die mich so treiben, wenn ich hier im Mix drin bin, wenn ich die ein oder andere Entscheidung treffe. Im Refrain ist es so, dass ich auch ein bisschen weiter weggestanden habe vom Mikro. Das heißt, ich habe nicht diesen Nahbesprechungseffekt und deswegen konnte ich dann auch beim Equalizer auf den Low Cut verzichten. Und habe auch hier beim Absenken von den Nahbesprechungseffekten, Frequenzen hier so um die 200 Hertz. Wir haben ja gerade 250 Hertz abwärts abgesenkt, bin ich hier nur bei 200 Hertz abwärts gewesen und habe hier die Absenkung dann auch nur ganz leicht vorgenommen. Kein Low Cut, gab keine Low-Informationen und die, die drin waren, die wollte ich auch drin lassen, damit das Signal nicht noch dünner wird, als es sowieso schon ist. Aber die Absenkung hier bei 650 Hertz habe ich dann trotzdem noch drin gelassen. Mit anderen Worten, dieser Equalizer ist ähnlich zu dem von der Strophe, soll aber dafür sorgen, dass hier nicht ganz so viel im Bassbereich rausgenommen wird. Danach den Deisser, genauso eingestellt, wie er vorher bei der Strophe auch ist. Und dann auch den Decapitator, der ist auch im Prinzip genauso eingestellt, wie vorhin auch bei der Strophe. Und als nächstes haben wir dann noch einen weiteren Deisser. Auch da der gleiche Grund bei dem Deisser. Der Decapitator sorgt dafür, dass das Signal ein kleines bisschen schärfer und heißer wird. Und vor allem im oberen Bereich, dass da auch die S-Laute wieder abgefangen werden. Auch hier die gleiche Intention, die ich hier gepackt habe. Mit anderen Worten, wenn wir die Vocals mal ohne die Kette hören, klingen sie so. Und ich mache die Kette mal an. Wird auch ein bisschen lauter, aber da die Entscheidungen ja im Mix alle gefallen sind, ist das jetzt nicht so schlimm, dass es dadurch lauter wird. Sondern es ist tatsächlich so, dass die Entscheidungen im Mix mit der Musik zusammengefallen sind. Und der Pegel, der am Ende des Tages rausgekommen ist, ist dann auch der, der dann tatsächlich vor dem Mix gelandet ist. Deswegen passte das hier wunderbar. Wenn es zu laut geworden wäre, hätte ich vielleicht in einem oder anderen Plugin rausnehmen können, noch ein bisschen am Pegel. Oder aber hier einfach beim Fader was rausnehmen können. Der ist aber bei plus 0,5 jetzt nicht allzu weit bewegt worden. Dahinter, wie bei der Strophe auch schon, meine Kette, mit der ich dann die räumlichen Informationen hinzufüge. Und da siehst du schon im Vergleich zu der Strophe, die hier links daneben ist, dass ich hier deutlich weniger Rauminformationen genommen habe. Dafür aber mehr Hall aus der Kammer und noch mehr Hall aus dem Hall-Plugin, das also die lange Hall-Fahne hinten dran macht. Weil im Refrain darf die Stimme einfach auch ein bisschen tiefer klingen, darf mehr Breite kriegen. Weil wir haben hier langgezogene Töne, die gesungen werden. Das ganze Playback spielt und feuert vor sich hin. Es ist also viel mehr los als in der Strophe. Und dementsprechend habe ich dann hier auch mehr Hall dahinter gepackt und habe zusätzlich sogar noch ein Echo, ein Delay dahinter gepackt, was ich auf einem separaten Bus noch liegen habe, was dann auch nochmal eine Delay-Fahne hinten dran zaubert. Hier aber dann auch mit dem Trick dafür gesorgt, dass hier wieder ein Kompressor hinter dem Delay ist. Und das sorgt dafür, dass immer wenn gesungen wird, wird dieser Kompressor aktiviert und macht das Delay leise, über die Sidechain gesteuert. Siehst du hier wieder, also ein Sidechain-Send geht auf den Kompressor, der direkt hinter diesem Delay, hinter diesem Echo ist. Und sorgt dafür, dass wenn gesungen wird, dass das Delay, das Echo leiser gemacht wird. Und wenn ich aufhöre zu singen, dann wird die Delay-Fahne losgelassen und darf dann hinten zum Ausklang von den Vocals nochmal singen. Wir hören uns das Ganze am besten mal am Beispiel an. Wir lassen die Vocals wieder solo laufen und ich gebe einfach mal Stück für Stück die einzelnen Rauminformationen hinzu. Dann wirst du schon sehen, was da passiert. Und vielleicht zeige ich dir gleich nochmal eben, was auf den einzelnen Bussen passiert. Aber jetzt hören wir erstmal, was passiert. So weit, so nass das Signal. Jetzt geben wir mal das Delay dazu, damit du hörst, was da auch passiert. Und ich mache mal vorher den Sidechain-Kompressor an, damit du auch direkt hören kannst, was passiert, wenn dieser Kompressor dann auch aktiv ist. Mal kurz gucken, ob das auch an ist. Nicht, dass wir jetzt hier Gefahr laufen. Na siehst du mal, der ist nämlich bei dem Solo-Schalten nicht angegangen. Deswegen muss ich den hier noch auf Solo schalten. Das Delay, sonst hören wir den nämlich nicht. Da kann man sich auch immer gerne reinlegen lassen. Also, wir machen das Delay nochmal aus und hören nochmal jetzt genau, was passiert, wenn wir das aktivieren. Da hört man das Delay. Und ich mache mal den Kompressor aus, also die Sidechain, die diesen Kompressor steuert, mache ich mal aus. Das heißt, wir hören jetzt das Delay ohne diesen Sidechain-Kompressor. Da passiert folgendes. Total viel Delay. Jetzt mit. Und schon kommt die Delay-Fahne nur noch hinten dran, wenn nicht gesungen wird. Das sorgt dafür, dass ich ein starkes Delay nutzen kann, aber trotzdem dafür sorgen kann, dass es eben nur dann spielt, wenn ich es haben will. Nämlich dann, wenn die Stimme nicht singt, sodass wir nicht so ein total verdelaytes Signal haben. So viel meine Idee bei der ganzen Geschichte. Und hier natürlich auch wieder die Sidechain für die Gitarre, die in der Mitte spielt, die dann auch durch einen Kompressor leiser gemacht wird, immer wenn gesungen wird. Und wir gucken mal kurz auf die Busse drauf, damit du auch siehst, dass ich keinen Unfug erzähle. Hier ist der Raum. Da siehst du, das Open Air ist hier drin reingeladen mit einer kleinen Rauminformation. Und dahinter ein Equalizer, der mit dem Abbey Road Trick das ein bisschen freiräumt. Und dahinter die Kammer, auch hier das Open Air. Davor habe ich einen DSer gepackt, damit die S-Laute nicht so stark in diesem Hall-Plug-In landen von der Kammer, weil die klingt ja schon ein bisschen länger nach. Und dann die Halle für den langen Nachhall, auch hier ein Plug-In, einen DSer davor gepackt und dann den Open Air genommen. Also keine Spezial-Super-Duper-Plug-Ins, sondern einfach den Open Air, der mitgeliefert wird hier einfach von Studio One. Und daneben ist dann noch mein Delay-Bus und hier kannst du tatsächlich sehen, ich habe hier das Analog-Delay genommen, habe vorher noch das Signal einmal, wir können mal kurz durchgehen, das Signal einmal kurz mit dem eingebauten 1176 von Studio One komprimiert. Dann dahinter dann das Analog-Delay gepackt, was bei Studio One mitgeliefert wird, was hier in Vierteln auch fleißig vor sich hinspielt. Und dann dahinter dann den Kompressor gepackt, der von der Side-Chain hier oben gesteuert wird. Und da siehst du dann, wenn ich da drauf klicke, warte, hier auf den Send drauf klicke, dann siehst du, dass der hier besteuert wird von Vox-Refrain. Also immer wenn gesungen wird, wird das Delay leise gemacht und dann habe ich das entsprechend eigentlich nur noch mit einem Kompressionsverhältnis von 8 zu 1 so eingestellt hier über den Threshold, dass hier wirklich tüchtig so 8 bis 10 dB komprimiert wird, damit das Delay wirklich nur zu hören ist, wenn die Hallfahne hinten rausläuft. Also 10, 11 dB komprimiert dieser Kompressor und lässt dann eigentlich nur los hier. Das sind die Einstellungen für Attack und Release, schnelle Attack, langsame Release, sorgt dafür, dass halt diese Hallfahne ganz organisch hinzugefahren wird. Und so ist dann die Idee gewesen für die Strophe und für den Refrain. Jetzt haben wir aber noch den ruhigen Zwischenteil, der dann noch kommt, den habe ich dir gerade schon gezeigt, kurz im Bild. Und bei dem habe ich dann tatsächlich dafür gesorgt, dass hier die Vocals von Hand bearbeitet worden sind. Ich mache mal die Automation aus, können wir mal reingucken, wie das hier genau aussieht, mit dem Zoom mal reinfahren. So und dann siehst du, dass ich hier tatsächlich per Clip Gain so tief eingestiegen bin, dass ich jeden einzelnen Clip hier nochmal in der Lautstärke ein bisschen angepackt habe und dafür gesorgt habe, dass das Signal ungefähr ausgeglichen wird im Level. Das also, was der Vocal Rider eigentlich automatisch macht. Und das war dann schon mal die Vorbereitung hier für diesen Part. Jetzt ist es hier so, dass da ja es ruhiger wird an der Stelle. Und ich wollte diesen Effekt haben, dass da dann tatsächlich das passiert, was ich in der Strophe weggelassen habe. Ich wollte, dass der Sänger nah rantritt an den Zuhörer. Das heißt, er darf Nahbesprechungseffekt haben, er darf ein bisschen wärmer sein, er darf auch ein bisschen komprimierter sein, dahingehend, dass man wirklich das Gefühl hat, der Sänger steht jetzt vor einem. Die händische Vorbereitung der Dynamik von den Vocals hier per Schneiden und Clip Gain hat schon mal dafür gesorgt, dass der Kompressor nicht so viel arbeiten muss. Und du siehst, dass hier auf dem Kanalzug dann auch tatsächlich nur ganz wenig Plugins drauf sind. Wir haben hier die Vocal Kette, die wir ja schon haben, den 1176, den Equalizer, den Deesser und den Decapitator. Dahinter aber kein weiterer Deesser, weil der nicht nötig war. Und auch bei den Raum-Plugins habe ich dann nur zwei Cents gebraucht, nämlich einmal den Raum, weil der Sänger sollte ja nah vor mir stehen. Also brauchte der nur eine leichte räumliche Information und die kann man auch nur ganz leicht dazu gegeben. Deswegen habe ich den tiefen Hall ganz weggelassen und das Delay sowieso. Wir hören mal rein, wie das Ganze hier klingt an der Stelle. Solo, zumindest die Stimme Solo. Und zusammen mit der Musik klingt das Ganze so. Und zusammen mit der Musik klingt das Ganze so. Wir haben am Schluss so einen kleinen Übergang von diesem ruhigen Teil in den etwas lauteren Teil. Den habe ich kompensiert, indem ich hier per Automation den Pegel von dem Kanalzug ein bisschen angehoben habe, weil das hier hinten drohte unterzugehen, als die Musik wieder da reinkam. Das nur aber am Rande zur Automation. Das gucken wir uns dann nächste Woche nochmal an, wenn es um Automation und den Masterbus geht. Aber du hörst schon, dass der Sound von der Stimme an dieser Stelle deutlich näher am Zuhörer dran ist. Erreicht habe ich das, indem ich auch wieder meinen 1176 genommen habe. Wie viel komprimiert der hier an der Stelle? Können wir mal kurz gucken. Ich zoome mal rein, damit wir es auch sehen können. 1,74, Sommer statt Winter, niemals Helene, Jonas nicht Günther. 3 bis 4 dB macht er ungefähr, das sollte es schon sein. Dann habe ich den Equalizer, der natürlich auch wieder hier unseren Dip hat. Unsere kleine Einbuchung bei 557 Hertz. Das ist ja schließlich die gleiche Aufnahme gewesen oder die gleiche Aufnahmekette gewesen. Also war hier auch diese Frequenz ziemlich gestört. Aber du siehst, dass hier untenrum nichts passiert. Das heißt, die Stimme, ich habe ja gesagt, der Sänger sollte etwas näher am Zuhörer dran stehen, hat deswegen auch diese tieffrequenten Anteile noch drin. Die habe ich dann ganz dringelassen, habe hier keine Absenkung. Die ist hier zwar noch drin, aber eben nicht aktiviert und auch der Low-Cut ist nicht drin. Und das sorgt dafür, dass der Sänger dann automatisch nochmal einen halben Schritt nach vorne tritt und noch ein bisschen näher ans Ohr vom Zuhörer tritt. Also intimerer Sound von der Stimme, einfach dadurch, indem ich diese Nahbesprechungsfrequenzen dringelassen habe, um die 200 Hertz und drunter. Da muss man immer aufpassen, dass man den Sound nicht zu wummerig unten hat. Wenn es zu wummerig werden sollte, kann man ganz leicht rausnehmen und trotzdem diesen Effekt beibehalten. Dahinter, wie gesagt, der De-Esser in der Einstellung, die auf den anderen beiden Kanälen auch drauf ist. Und dann dahinter natürlich unser Freund, der Decapitator, der hier auch nochmal ein bisschen den Griff und den Crunch nochmal dazu fügt. Aber damit war es das dann auch schon. Und dann kommt dahinter halt entsprechend nur eine leichte Rauminformation und die kann man dann auch ganz wenig dazu gefügt. Mit anderen Worten, hier jetzt ein intimeres, ein wärmeres Soundbild für unsere Stimme. Und so unterscheiden sich die drei Teile dann auch. Die Strophe, da ist der Sänger ein kleines bisschen weiter, schon nah am Zuhörer dran, aber nicht so weit weg wie im Refrain zum Beispiel. Dafür ist er dann auch weniger verhalt. Im Refrain, wenn alles spielt, darf er deutlich mehr Hall und mehr Raum haben. Und dann im dritten Teil, im dritten unterschiedlichen Teil, in dem Zwischenteil, wo es dann ruhig wird, dann ruhig dafür sorgen, dass das Ganze nochmal klein wird, nah wird, kompakt wird, um dann nochmal zu explodieren und in den Refrain reinzugehen. Das klingt dann im Übergang entsprechend so. Soweit unser ausführlicher Ausflug in die Vocals. Wenn es dir immer noch nicht ausführlich genug gewesen ist, kann ich dich nur einladen, am 1. Mai dabei zu sein, 20 Uhr im großen Livestream, wo ich dann wirklich jede einzelne Mixentscheidung auch nochmal erzähle, wir nochmal alle Plugins durchgehen, alle Einstellungen nochmal genau angucken und genau besprechen, wann ich was, wie, wo gemacht habe, gemischt habe, eingestellt habe und so weiter. Da gibt es dann das komplette Bild, das ich im Übrigen auch einmal im Monat, im Mix des Monats, im Recording-Block Premium-Bild, Premium-Bild wollte ich gerade sagen, im Premium-Bereich zeichne. Da gibt es jeden Monat ein ausführliches 3, 4, teilweise 5-stündiges, ausführliches Tutorial. Heute kommt gerade das neue raus mit viereinhalb Stunden, wo ich von den Drums über den Bass, Gitarren etc. alles haarklein erkläre und zeige, wie ich meinen Mix zusammengestellt habe. Von diesem Song übrigens hier. Von diesem Song und den habe ich entsprechend gemischt, zeige ich dir jede Einstellung und das ist dann im Premium-Bereich zugänglich. Einmal im Monat ein neuer Mix, neue Spuren, neues Mix-Videos. Lohnt sich da vielleicht mal reinzuschauen, wenn du Lust hast, würde ich mich freuen, wenn du Lust hast, dabei zu sein und dir einen Premium-Zugang zu gönnen. Wir sehen uns aber spätestens nächste Woche, wenn es darum geht, die Automation und den Master-Bus zu besprechen oder aber am 1. Mai im großen Livestream. Jetzt aber erstmal viel Spaß. Ich hoffe, dass du einiges mitnehmen konntest und wir sehen uns dann die Tage wieder. Mach's gut und Yassu!